Hallo ihr Lieben, wir hoffen, dass es euch gut geht. Uns geht es auch gut. Wir hoffen, dass ihr irgendwas schönes macht zu Hause und die Zeit, die ihr bekommt, gut benutzt und fleißig übt. Letzte Woche hatten wir ein paar Videos hochgeladen mit Figuren, die wir vor den Ferien gemacht haben. Ferien? Nenne ich die. Und in den nächsten Tagen laden wir weitere Videos hoch. Aber heute wollte ich euch das hier zeigen. Das Salsa Beat Machine. Das kann man als App benutzen. Ich bin auf der Webseite direkt. Ist auch kostenlos so zu benutzen. Und kann man das benutzen, um Salsa ein bisschen zu üben. Das ist einfache Salsa Timing Musik. Kann man mit den Optionen die Geschwindigkeit ändern. Kann man auch Instrumente einzeln einschalten und ausschalten. Und so weiter. Und für jedes Instrument kann man auch ein paar Optionen einzeln ändern. Das ist ganz gut, wenn man alleine üben möchte. Wenn ihr zum Beispiel euch Schritte üben möchtet. Und natürlich auch für Tänzer, die uns sagen, dass die Probleme haben, die eins in der Musik zu hören. Da hilft das auch. Da würden wir empfehlen, vielleicht mit einem Instrument anzufangen. Nur eins zu spielen. Und dann vielleicht zwei, dann drei und so weiter. Und versucht dann nur vielleicht euer Basic zu üben zu einem Instrument. Den Link posten wir auch hier unten. Ja, übt weiter und hoffentlich sehen wir uns in zwei Wochen wieder. Am 18. oder ein bisschen später. Tschüss. 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 tschüss.